hu hier wieder beim koali und zu einer neuen runde baldos gate 3 wir haben hier komische elementare platten und gelootet und hier müsste irgendwo eigentlich rein theoretisch eine kerze stehen kann auch sein dass die weg ist oder kaputt gegangen ist durch die attacken der elementare schade das wäre nicht so gut habe ich noch eine irgendjemand hat doch bestimmt noch eine kerze weil das hat nämlich gerade ziemlich gut funktioniert immer hier als darin hat noch eine das war eigentlich eine ziemlich gute sache die wir gemacht haben so hier kommen glaube ich nicht wieder rüber da steht sie noch guck mal hier stimmt wir sind ja auch hier vorne rüber gekommen hier vorne an der ecke rüber langgegangen wenn wir hier nochmal gucken ich glaube hier ist nichts mehr oder hier noch ein langlaufen wir hinten ist noch eine kiste da können wir noch langlaufen die 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 base Wow. Eine Zange. Nicht wahr. So. Da oben drauf waren wir schon, ne? Da war nix. Also können wir jetzt dann doch zurückkehren. Und wir sind schon wieder blutig. Oder ist das schwieriges Gelände? Ist okay. Aber wir waren ja eben einmal kurzzeitig richtig triefend blutig. So. Mal gucken, was wir sonst noch hier alles erleben können in diesem wunderschönen, sonnenbeschienenen Sümpfen. Mit ganz viel Blut auf dem Boden. Warum ist hier Blut? Warum liegt hier Blut rum? Ist noch ein Weidenkorb. Ein Schäfchen. Hallo Schäfchen. Dornigene Rohrkolben. Au. Ich hab mich gestochen. Der Drecksack. Haben wir hier. Da funkelt irgendwas. Oh nein, das ist nur Reflexion. Alles klar. Hier. Da sind Kisten. Kisten. Leere Kisten. Noch mehr leere Kisten. Okay. Spannend. Also dann hat sich meine Wunde diesmal nicht entzündet. Die sind nicht schön hier. Schmetterlinge. Überall. So richtig sumpfig kommt mir das gar nicht vor. Ein Brunnen. Ich brauch gar nicht nix zu trinken. Brauchen wir nicht. Hier gehts irgendwo rein. Hallo. Teehaus. Ach wie schön. Ich will keine Krumm mehr auf dem Platt, Frau. Auntie Ethel, bitte. Eine weitere Beine. Und dieses Pieck wird wieder zurückkommen, um zu sagen Hallo. Ich mache mich nicht den Wunderschlauch. Sie essen für zwei. Also geh da hin. Wenn es nicht der schickste Pop von ihnen alle ist. Du würdest bestens eine Entschuldigung für mich, junge Mann. Was? 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 Ihr müsst mich mit jemandem verwecken. Oh, scheiße. Jetzt habe ich die Berserker Sache nicht genannt. Und ehrlich gesagt. Du bist schick für sagen so. Du wißt du, ich werde dir einen schweiften Kicken auf die Arse und zeigen dir die Tür. Aber ich denke, dass du und ich ein bisschen Spaß haben können. Du bist in den Kommen. Und warum? Und die vierte Berserken? Wo sie sind, mit ihnen zu schiefen. Ich werde sie schiefen. Sie werden sie bemerken nach Hause. Oh. Aber warum nicht die in die Nähe zu mir sehen? Wo sind ihre Brüder? Ach. Wibbing in your brain juice is a bit of an inconvenience, isn't it? Because you stink. And I know the stench of mindflagor anywhere. I can tell you're almost done cooking. You know, you could turn just like that. What do you say? Want me to take care of the little bugger? Well, that depends on the job. Removing a parasite is no small feat. But I like you, Petal. So I'll only ask for something small. One of your pretty little peepers. Fuck is this. Pluck it from your head. Kiss it for luck. Then back in it goes. Won't take but a moment. That is my price. Nothing more, nothing less. That is a bad deal. Ethel, can I please? Quiet, you've had enough pampering. And you. My door is always open, Petal. Auntie Ethel is here for you. Is sie. Hmm. Sumpfkars. Dolchwurz. Ihr habt Gift. Aha, aha. Aber wir nehmen erstmal nur das, was hier auch erlaubt ist. Nicht wahr? Okay. So, reden wir nochmal mit ihr. Hello, sweetness. You're going to give me one of those precious peepers. Warum? I'm afraid that's my business, Petal. It's nothing the fairiest though. I promise. Ne. 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 Ich bin noch nicht so bereit dafür. You know where to find me. Hmm. Dann scheinen wir mal hier irgendwie noch was... ...anderes machen zu müssen hier draußen. Ups. So, da unten bei den Kisten waren wir schon, nicht wahr? Da ist noch eine Kiste. Die haben wir eben gar nicht gesehen. Eine Reise drüber. Aha. Wer ist, wer ist das mal Gold drin? Alles, alles gut. Und ein Frosch. Hallo, verwirrter Frosch. Green, leaves, shallow, water. Green, leaves, shallow, water. What? No. Yes. Hurts. Hurts. Ah, yeah. Green, leaves, shallow, water. Green, leave, shallow, water. Was denn los? Äh... The fuck? Bleed for me. Nothing important is ever easy. Crit. Ein Erfahrungspunkt. Die wollte, dass vom Frosch, dass der uns tötet? Oh, komm mal hier oben, was ist denn viel los? Aha, aha. Hier geht's rüber. Spannend, hier geht's irgendwo rein. Aber wie kommt man da hin? Von hier ganz oben, ne? Mal hier zu den Schafen. Können wir mal bei den Schafen reden. So Schaf. Äh... Erzähl mir von diesem Ort, Schaf. Baaah! Curious. Despite your magic, the creature doesn't understand you. Hmm. Hmmmm. The smell of rot assaults your senses as the illusion vanishes. What? A diminutive creature sporting a red hat glares at you. He seems unaware that his illusion has failed. Okay. Hier ist irgendwie so gar nichts. Richtig schön, hä? Drei. Drei Stück, sondern vier Stück. Und hier. Da sind die Leute. Drei Stück, sondern vier Stück. Die sind die. Die sind die. Die sind die. Die sind die, die sind die. Die sind die. Und wir müssen dich auf die. Drei. 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 Gucken, was diese komische Auntie dazu jetzt sagt, ja? Warte, 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 warte. Was sagt der Brunnen jetzt? Fein. Wo ist sie jetzt? Ist sie weg? Da oben. Was ist denn das da unten? Keine Barriere. Da kann ich irgendwie nichts mehr machen hier, ne? Außer ich gebe ihr das, was sie will. Aber ich habe da gerade nochmal eine Barriere gesehen. Warte mal kurz, Astarion. Ah, die hat schon wieder keine Zauberplätze zur Verfügung hier. Oh, das ist sie. Da kommen die ganzen Red Caps. Stehen da unten alle so schön zusammen. Warte mal. Erstmal untersuchen. Die sind nicht Gehresistenz gegen irgendwas. Und wenn die da unten gerade schon so schön alle auf einem Fleck stehen, schmeißen wir den nochmal hier das Zeugs. So. Hat der ja nicht so viel gebracht, ne? Hm. Was haben wir denn von der Konstitution? 18. Von der von dem mehr verloren? Fehlschlag. Okay. Und Tote sind doch da nicht, ne? Fehlschlag. Fehlschlag. So. Tata tata. Ah, der könnte auch das, aber das ist Nahkampf. BAMS! BAMS! So, ja... Äh... Zugbeheben? Wenn die erst hier gleich hochkommen, dann ist es am besten, wenn sie mich zuerst angreifen. Hier... Vielleicht kann ich die Leiter auch zerstören. Ah, kann ich nicht. Aber ich kann schon mal in Rage gehen. So, hallo... Mr... Was auch immer du... Also Rotkappe wahrscheinlich, ne? Ja, Rotkappe. Ich hab dich umgestoßen. Au! Ja... Und die Atten ist noch da. Ja... 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 Anscheinend geht es nicht mehr. Ja... 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 So, jetzt ist Will dran. Ähm... 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 Konstitution. Und schon kann er nix mehr. Ey, so oft wie der verfehlt, ey. Das ist echt nicht feierlich. Ähm... Ähm... Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. So... Was kannst du noch? Heilige Flamme. Geschicklichkeitsrettungswurf. Untersuchende denn mal. Geschicklichkeit ist auch ziemlich okay bei ihm. Durchbohrender Schlag. Ne, das ist irgendwie ein Nachkampf. Ähm... Sengendes Blut. Ah, das ist das, was der... Ja, 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 ja. I know, I know, I know. Schenkelschuss. Fehlschlag. Sehr gut. Nicht. Ähm... So, wir machen erst mal hier den hier. Und dann kriegt er auch die Oma. So. Dann haben wir leider nichts mehr da über. Au. Au. Hm. Der heilt sich dabei. Sehr schön. Fehlschlag. So. Der ist weg. Das kann ich wieder machen. Auf Konstitution. Wie umsonst. Gibt ihm. Einen Lebenspunkt. Sehr gut, sehr gut. So. Kurze Rast. Und... Here I go. So. Jetzt wo die Tante da weg ist, können wir hinten auch aufmachen. Wie wir lustig sind, nicht wahr? Hm. Hm. Wie ich grade zwei. Wow. Hm. Hm. Hier ist noch mal Reistruhe. Jetzt habe ich hier keine Skrupel mehr zu klauen. Schlüssel zum Teehaus. Vielleicht war das die Schlüssel hierfür. Ist noch Geld drin. Hier ist noch eine andere Truhe. Heiltrank. Mächtiger Heiltrank. So. Nach da unten kommen wir gleich noch. Wir gehen jetzt erstmal... Was ist das hier? Pragische Barriere. Mal speichern, falls hier irgendwas Böses passiert. Was ich nicht will. Finger weg. Ach, das ist der... Das ist ein Sarg. Ah, ja, ja, die sprachen ja davon, dass die... Hier die Marina ja einen toten Ehemann hat. Vielleicht ist das... Ja, 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 ja. Nachteil, wir würfen und Weisheit. Ach du Schande. Trank der mächtigen Heilung. Schar liebte sie. Okay. Heiltrank. Sonst haben wir auf dieser Seite schon mal nix tolles mehr. Eine primitive Truhe. Herbst, Kokos. Ah. Der hat noch richtig gutes Zeug. Zivon noch. Hier gibt's noch... Hier ist noch ein Kleiderschrank. Haushaltsgebet. Jutesack. Äh, brauchen wir nicht Gegengift. Trank der mächtigen Heilung. E von M. So, und dann folgen wir mal der Tante hier, ne? Durch das Feuer. Können wir das ausmachen. Aus. So. Rein da. Äh, ich muss mal wieder den Koali vorgehen, hier. Was geht hier? Wo ist Maria? Was ist Maria? Ein Schädel. Meine Sweet Gallim, whose beloved asked that his beauty never fade. What's inside? What is this place? My darling Mather. She wished for the mind of a genius, but that silly head crossed me. Wait, wait! My dearest Evan, he begged me to halt the ship introduced the car. Don't look. Don't! Stop! Please! Please! It's up for discussion. Wait! Wait! No! No! Don't look! Mustn't look! Mustn't see! I see it! What's to come? Me! Dead! Dead! Flesh rotten bone shining! Hmm. No! 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 Can't stop! Can't! Gods! Don't hurt me! Oh, please! 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 Monster! Monster! Mind dripping! Flesh peeling! Mind flare! Yeah, they have a problem. Don't look! Don't! You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through. Not again. You see the gallery, its walls lined with the hag's victims, their bodies and minds twisted beyond ruin. Flee! You feel it cry. A scene appears in your mind. Two paladins and a cleric marching through the door, shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the hag's lair. Screams of terror pierce the air. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, Pekka. Hmm. You see an image of blue skies and sunshine as the door shutters the warning. Run. Ich kann überzeugend sein, wenn ich über eine Zehn würfel. Nein. Aber jetzt lohnt sich das echt wie zu, nochmal zu wiederholen hier. Komm schon, erneut würfeln. Jaaa. Komm, lass mich durch hier. You see the hag? She walks through the door. Its form shimmering. The lightest touch of hope brushes your mind, as the presence within retreats. Please. Please. Hm. Da einfach da durchgehen, ne? Oh, hey. Hm. 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 Hier sind Leute drin und was wir mit denen machen, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.